Ein Dach über dem Kopf, ein Zuhause, das wünschen sich alle Menschen weltweit. Besonders die Millionen, die auf der Flucht sind, die ihre Häuser verloren haben und nun nach Deutschland kommen und um Asyl bitten. Sie haben es besonders schwer. Hier helfen wir mit unseren Hoffnungshäusern in Bad Liebenzell. Sie geben im wahrsten Sinne Hoffnung für die Geflüchteten, die bei uns wohnen, Arbeitssuchen oder Integrations- und Sprachkurse belegen können. Bewusst arbeiten wir eng mit den örtlichen Behörden und Hilfseinrichtungen zusammen. Die Geflüchteten können bei uns schnell in unsere Kultur hineinfinden, weil sie in den Häusern mit Studentinnen und Studenten der Internationalen Hochschule Liebenzell zusammenleben. Als internationale Hausgemeinschaft teilen sie den Alltag miteinander und unterstützen sich gegenseitig in den täglichen Herausforderungen. Wir laden die Geflüchteten durch gemeinsame Aktionen ein, Gottes Liebe kennenzulernen. Er schenkt wahre Heimat. Unsere Hoffnung ist, dass aus Fremden Freunde werden. Unsere Hoffnung ist, dass oder einechlossenale, Unter treaties und zu Alice meistens wieder abgeh esque sistematik. Untertitelung des ZDF, 2020